erst mal ein bisschen gewürz sammeln 12,6 so heißt es jetzt handeln meinen die damit nur kaufen oder wenn sie auch verkaufen weil verkaufen dann wäre ich ziemlich schnell schon durch hiermit danke okay ihr macht mich nicht gerade glücklich so was ist hier los ja ihr dürft jetzt muss ich 12,9 irgendwas 97 98 986 verkaufen sie da auch dann ist das spiel mal logisch das ist selten aber das ist ja auch ein spiel das ist noch nicht ganz so neu ist und da liegt mir noch etwaigen wert auf qualität heutzutage na ja ne ballern 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 action 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 ballern und action warum nehme ich nicht auf egal offen und ende im gelände schön mit dem app so hier noch ein bisschen lila gewürz abstempel so nichts verstanden hier auch nicht das ist toll dann das rote gewürz mal an den mann bringen moment hier kann man auch noch ein bisschen was abzapfen ok dann krieg ich leibwächter was schönes leibwächter irgendwas jetzt finde ich gerade nur diese terraform werkzeuge überhaupt diese planetenwerkzeuge schokosahne hügel geil schokolade lecker krieg gleich lust auf ein bisschen sahne torte so wie spät ist es jetzt ja kriegt ihr gleich erst mal noch mein rotes gewürz irgendwo scherbeln ihr müsst es nehmen ihr müsst es einfach nehmen weil ich nicht los werde sei gegrüßt handel ne aber nehmt das hier 89 und ich kann es nicht an den mann bringen obwohl vielleicht ihr ah warte dann helfe ich euch kurz und dann krieg ich auch noch leibwächter 2 3 moment ich gucke mir nach leibwächter 3 6 plakettenpunkte ja gerne so das sind die grünen das sind ja die grünen sind sowieso scheiße aber ich meine die anderen grünen ähm hier die blättlereich blättle und grün na gut das passt ja also autoblaster ich muss sagen wenn man autoblaster 3 hat dann machen eigentlich auch wenn man nicht angreift so welche erstmal kein problem mehr äh bä 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 so wusste ich schon dass ihr keine chance gegen mich habt dankeschön naja der tun will ich nicht mitnehmen neueres geld ja steuer das nochmal weg alter ok toll jetzt kann ich genau das hier löschen ja ich nehme euch dich an guten tag gern geschehen aufnehmen und laufer kaufen ah hier noch kein rotes gewürz an rotes gewürz ist irgendwie außer mode gekommen ja zwischen ganz vielen bäumen das ist immer toll na gut der baum interessiert mir in den scheißdreck aber genau deswegen halt moment wenn ich jetzt schlau wäre und ich bin schlau naja so halbwegs dann könnte ich jetzt einfach mit dem kältestrahl hier ich friere den planeten ein schalalala sollte eigentlich auch schon reichen so hoffentlich haben die nicht schon alle diese teile aber nein haben sie nicht gebe ich dir noch diese hier diese hier diese spezielle sollte schon existieren ja denn ich habe sie auch von hier na irgendjemand muss wohl rotes gewürz annehmen terra 3 jetzt haben wir wieder ein terra 3 planeten mehr ähm wer ist noch so in meinem reich ihr da ja ihr produziert nur rot obwohl 99er slot voll zu haben ist auch immer was schönes jufu 99er slot voll ich kann jetzt also kein gewürz mehr in rot annehmen deswegen würde ich auch so schnell wie möglich verkaufen selbst alle selbst für 256 würde ich 25.000 kriegen wow jetzt ist das mindestpreis so das ist jetzt das ist wenig das ist genug also es sind so mit 5000 sollte ich doch schon rechnen können oder kommt schon Leute bitte so danke Handel so ich meine ich will für 100 gewürzt sollte ich mindestens 500.000 kriegen das wäre schön dann müsste man auch für 5000 nehmen aber gut das kriege ich eben 300.000 für ungefähr ungefähr 400.000 fast trotzdem alliierten reparatur jetzt was mache ich jetzt jetzt was mache ich mit dem Geld ja ist das eine gute Idee ich weiß es gar nicht Waffen kann ich mir neue Waffen kaufen eine Protonen Rakete kann ich mir kaufen ja ich auch dem nicht ich renne mit dem Megalexer Megaimpuls in einer normalen Bombe rum aber kann habe nichts Gutes gegen Raumschiffe als eine Mini Protonen Rakete na ja gleich mal alle hinterlande kaufen ist ja nicht so teuer nö so werde ich mich gleich mal ins Gemetzelwagen in dem Moment erstmal aufladen und dann ins Gemetzelwagen was ist eigentlich die gegen feindliche Raumschiffe sehr effektiv sogar macht nicht nur diesen mickrigen 30er Schaden macht wirklich viel mehr Schaden auch wenn ich sagen muss dass ich sowieso nur mit Laser angreife okay und die haben schon wieder ein bisschen Gewürz produziert guten Tag greife dir mich an dann muss ich dir nochmal sagen dass du getot bist so ziemlich so perfekt so Nummer 1 eingenommen und auch hier eingenommen Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 2 perfekt Nummer 3 na gut da wird das Schild wahrscheinlich nicht mehr reichen oder die Fabrik hatte ich sowieso nichts mehr genutzt so ah ne das Schild ist glaube ich für diese Stadt reicht er noch aber für die nächste nicht mehr finde ich aber gut wie das hier gerade läuft ich meine ich bin ich bin einmal gestorben in der ganz oh wenn wir aber erstmal angreifen sind sie stark na gut hier macht der Autoblaster den Rest weg wir machen den Weg frei und so weiter Autoblaster wir machen den Weg frei von welcher Wärmung habe ich das wohl Volksbanken Reifeisenbanken so das unnütze rote Gewürz kriege ich gerade mal für 300.000 verscheppelt oder fast 400.000 aber doller ist das nicht oh hätte vielleicht erstmal auf ein Schild warten sollen aber dann brauche ich eben nachher ein paar mehr Anläufe das ist mir so egal eigentlich gerade wie viele Anläufe ich brauche hauptsache ich nehme schnell den Hauptplaneten ein so hier nochmal hier nochmal hier nochmal ich kümmerle natürlich auch diese portablen Energien okay schaffe ich den nächsten noch nicht so wirklich nein schaffe ich nicht bestimmt nicht da ohne Schild ist es immer ein bisschen doof da muss man immer viele Anläufe nehmen und immer wieder heilen aber kommt so schlimm ist es doch nicht Moment wie wo